Hallo meine Lieben, da bin ich wieder. Bei dem nächsten Lied jetzt, das heißt Ja, dann du, ja, möchte ich euch zu einer Fantasiereise mit euren Ohren einladen. Du kannst dich dazu hinlegen, auf eine Decke, auf das Sofa, auf das Bett. Mach das ganz gemütlich, vielleicht auch zudecken mit einer Decke, polster unter den Kopf, vielleicht polster unter die Füße. Wenn du magst, schließ die Augen, mach das Licht ein bisschen dunkel oder mach die Vorhänge zu. Die Ohren gehen auf eine Reise. Und wir schauen, welche Art von Bildern diese Art von Musik in uns erzeugt, welche Gefühle diese Art von Musik in uns erzeugt. Für mich, wenn ich diese Musik höre, dann sehe ich einen weiten, unendlichen Himmel, in dem ich mich bewege. Für mich ist es eine sehr weitende, beruhigende und besänftigende Musik. Das kann aber für dich ganz anders sein. Achte darauf, was geschieht bei dir, wenn du dieses Lied hörst. Bist du soweit? Du liegst gut? Und dann gehen wir auf eine Reise mit unseren Ohren. Bist du soweit? Bist du spielen, Betschel? Jadanduja, 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 Jadandarandarandeja, Jadandaranduja. Jadanduja, Jadanduja, Jadandarandarandeja, Jadandaranduja, Jadandaranduja. Jadanduja, Jadandarandarandeja, Jadandaranduja. Jadandaranduja, Jadandaranduja, Jadandaranduja. Jadandaranduja, Jadandaranduja, Jadandaranduja. Jadandaranduja, Jadandaranduja. Jadandaranduja, Jadandaranduja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja.